Abgefahren schon ab 89 Euro. DIT, Ihr Toyota-Partner, dreimal in München und bald auch im Münchner Süden. Präsentiert Ihnen Menschen in München. Nichts ist unmöglich. Toyota. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute vom Schliersee, vom wunderschönen Schliersee und zwar von dem Bauernhof-Museum von Markus Wasmeier, dem bayerischen Ski-Idol. Von ihm wollen wir uns jetzt nochmal erklären lassen, wie es zu diesem Bauernhof gekommen ist, was er da alles machen musste, damit es jetzt hier zu einer Touristenattraktion geworden ist. Ja, Markus Wasmeier, also wenn ich hier so auf... Duzen wir uns eigentlich? Können wir gern. Gut, hallo, ich bin der Jörg. Wenn ich hier auf das Dorf, kann man ja sagen, von runter gucke, müsste man eigentlich sagen, Markus Wasmeier-Town oder so, ne? Würde doch gut passen. Ja, Town, das ist super bayerisch. Ja, da habe ich dich daneben gegriffen, ich weiß, das ist die selbe Tradition. Ja, manche haben gesagt, das Wasiland ist das, aber das Wasiland gibt es ja in Afrika drunter. Das Wasiland. Ja, genau. Nein, es ist halt einfach eine Struktur, die mir unwahrscheinlich Spaß macht, so etwas aufzubauen, weil diese Facetten, so wie man es jetzt sehen kann, das gibt es eigentlich so nicht mehr bei uns. Vielleicht findet man ein paar Flecke in Südtirol noch, die immer mit so schindelgedeckten Häusern und ja, eigentlich so hat es bei uns die ganze Gegend ausgeschaut. Das ist ja so, du musst ja irgendwann mal hier gestanden haben und dir überlegt haben, dass du dir da was hinbaust. Wenn du heute hier stehst und dir das anguckst, denn das ist ja alles von dir und deinen Leuten mit der Hand aufgebaut worden, hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt aussieht? Ich weiß sogar schon, wie es in 20 Jahren ausschaut, das ist alles schon im Kopf drin. Das war das Projekt selbst, nachdem, dass ich ja, ja, sagen wir mal, das Gelände für das Projekt ausgesucht habe, war mir komplett klar, wie das in 10 Jahren steht. Ich habe mich zwar dann fast so drei Jahre verschätzt, also wir waren drei Jahre später dran. Klar, die Finanzierung ist halt immer schwierig, aber ich weiß auch schon, wie die nächste Zukunft ausschaut, was die nächsten Projekte sind und so gehe ich halt immer Stepp für Stepp. Ich muss mich aber immer zusammenreißen, dass ich mich so von der Zeit selbst so unter Druck setze, dass ich meine, es muss jetzt unbedingt alles gleich schaffen, es geht nicht. Die Stadtväter, die haben dir das ja am Anfang nicht unbedingt gleich so zugetraut, oder? Die haben doch eigentlich gedacht, Mensch, wenn der das jetzt nicht stemmt, dann sind wir diejenigen, die es zu Ende bringen müssen, weil dann ist halt hier Bauruine und dann wäre ja die Stadt dran, das zu Ende zu führen. Ja, die Stadt war es weniger, die waren ja also die Stadt, bei uns ist es ja Dorf im Prinzip, aber das waren die nichtstaatlichen Museenabteilungen, war das, also das war das Ministerium draußen. Und wir haben ja am Anfang gedacht, die freuen sich doch, wenn wir sowas machen für ihren, und nein, die waren da gar nicht begeistert. Ich habe auch bis heute noch keinen Cent vom Staat bekommen, also alles mit Spenden aufgebaut, alles privat, mit Mitgliedern, ehrenamtlich, und so haben wir das jetzt aufgebaut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war der Überzeugung, ich schaffe das und ich schaffe auch den Betrieb. Und ja, und das war eigentlich das, was eigentlich das Ministerium am Anfang nicht so gedacht hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel vor diesem Haus hier stehen, wo hast du das abgebaut und wie lange hat sowas gedauert, das hier wieder aufzubauen? Das sind ja grundsätzlich, die Häuser sind zwischen Isar und Inn, das ist unser Einzugsgebiet. Das sind auch die sprachlichen wie baulichen Grenzen an. Der Hof selbst, das war eigentlich einmal ein Wohnhaus, das ist nur ein Kasten, also diese Blockwände, die haben dann irgendwann einmal vor 150 Jahren das Wohnhaus zusammengeschnitten, oder es ist abgebrannt, wie auch immer, die Geschichte kennt man nicht mehr. Und haben ein Nebenhaus gebaut, wo sie gesagt haben, da dürfen wir alle unsere Handwerker rein, was wir eh brauchen für einen Hof. Und so ist dieses Haus entstanden. Also Ursprung war einmal ein ganz anderer, also die Stube ist erhalten geblieben praktisch und der Rest ist separat dazu geblieben. Aber schon diese Balken und so, die haben so aufeinander gesessen? Nein, 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 das ist alles gleich. Es hat ein Haus immer verschiedene Veränderungen finden in der Stadt. Das heißt, es war vor 500 Jahren ist das Haus gebaut worden, dann ist irgendwas kaputt gegangen, entweder ist abgebrannt oder sie wollten ein neues bauen. Dann haben sie sich gedacht, ach, der Teil schaut eigentlich nur so gut aus, das nehmen wir jetzt als Nebenhaus gleich her. Haben das praktisch abgesägt und haben es nur auf dem 50 Meter weiter aus Zuhause, aus Handwerkerhaus gebaut. So ist ab und zu ganz, jedes Haus hat seine eigene Geschichte von der Entwicklung über die letzten 400, 500 Jahre. Aber jetzt mal vom Transport her, also du hast es ja von irgendwo geholt und hierher geholt. Und da habt ihr es aber dann in Einzelteile zerlegt. Das erinnert mich so ein bisschen, auf der Fahrt hierher habe ich ein bisschen mit dem Rudi, dem Kameramann, geredet. So ein bisschen, wenn du aus München kommst, hast du Oktoberfest im Kopf und so wie der Käfer das jedes Jahr irgendwie macht mit seinem Zelt, oder? Genau, so ähnlich. Jedes Teil hat seine Nummer und die wird wieder zusammengefügt. Da ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil da keine modernen Mechanismen sind, das sind ja alles Holznägel. Und die muss man vorsichtig loslösen und trennen. Umso mehr, dass man beim Abbauen kaputt macht, umso länger dauert es, dann wieder aufzubauen. Klar. Und wie lange habt ihr jetzt hier für dieses Haus gebraucht, um es abzubauen und wieder aufzubauen? Ja, das war ein Abbau, ist das relativ schnell gegangen. Das waren vielleicht ein Monat und aufgebaut haben wir es in einer Sommersaison. Wobei jetzt das in der Regel die ganz großen Häuser drei bis sieben Jahre brauchen. Also drei Jahre Minimum und sieben Jahre so das Maximum. Von der Erstbesichtigung bis zur Fertigstellung. Also wenn man es zum ersten Mal aufbaut? Ja, nein, wenn man jetzt ein Haus erst einmal auf den Originalstandpunkt praktisch besichtigt und sagt, ist die Struktur überhaupt noch erhaltenswert, was gibt es da eigentlich? Da musst du ja dich reinlesen in das Haus. Weil das Haus hat ja über die letzten 100 Jahre die meisten Wechsel gemacht. Aber die anderen 200 Jahre, 300, 400, je nachdem wie alt das Haus ist, musst du ja du lesen können. Und das kannst du aus den einzelnen Objekten, aus den einzelnen Löchern, die in der Wand sind, kannst du feststellen, was damit eigentlich gewollt worden ist. Also das heißt, jedes Teil hat früher seinen Sinn gehabt. Die haben da nicht einfach aus Schnickschnack irgendwas gemacht, so wie man in der heutigen Zeit das macht. Und da muss man lesen. Und dann weiß man erst, okay, jetzt kann ich es abbauen, dann baust du das Kleinweis ab. Das dauert auch mindestens bis zu eineinhalb Jahren. Nur das abbauen, dann restaurieren und dann wieder es aufbauen. Also den Schnitt haben mir immer so fünf, sechs Jahre gedauert. Sag mal, die ganze Region, die muss doch eigentlich sich jeden Frühling vor dir verneigen, weil du hier also den Tourismus ankurbelst mit dem, was du hier aufgebaut hast. Die sind da eben gekommen, zig Busse stehen da vorne. Hier ist doch richtig was in Bewegung geraten. Ja, das soll es eigentlich auch sein. Ich wollte einfach, sagen wir mal so, ich habe wirklich auf der Sonnenseite leben dürfen. Und wie ich das erste Mal wieder nach fast 20 Jahren Skiweltcup unterwegs war, wieder zu Hause bin und habe meine Gegend wieder neu gesehen. Weil als Jugendlicher schaust du ja die Gegend anders an, als wir dann als 32-Jähriger. Und dann habe ich festgestellt, hapla, unser Kulturkult geht so verloren. Andere Länder wie Norwegen, sogar in Amerika drüben wird diese kleine Kultur, die wohl bloß 100 Jahre alt ist oder 150 Jahre alt, mehr erhalten und erzählt, als wir bei uns. Und somit habe ich dann die Häuser gekannt, die vor dem Verfall sind und so ist die ganze Idee entstanden. Da wollte ich einfach meiner Heimat wieder was zurückgeben. Das natürlich mit dem Tourismus und mit der Gegend wieder zu florieren, dass man eigentlich einen Teil aufbaut, das, sagen wir mal, frei ist von der Zeit. Das ist in 50 Jahren noch genauso interessant als wie jetzt. Das werde immer mehr verloren gehen. Also es ist jetzt nicht höher, weiter, schneller, sondern es ist eher wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Hat das was mit dem Skifahren zu tun, wo du natürlich, also 20 Jahre hast du schon gesagt, dein Leben für gewidmet hast? Da ging es ja ums Schneller, Weiter und da warst du ja sehr in der Dynamik drin, die man dann so hat als Skifahrer, dass man die ganze Welt bereist. Da hast du ja irgendwann dann mal die Bremsen eingehauen und jetzt hast du dich sozusagen hier festgefahren. Nein, es war eigentlich eher immer der Wechsel. Ich bin ja schon so aufgewachsen. Ich wohne ja selbst in so alten Häusern. Das war meine Insel eigentlich. Sobald ich nach Hause gekommen bin, war Skifahren einfach passé. Das hat es gar nicht gegeben, das Thema. Das war immer nur Heimat und das, was eigentlich mit Traditionen und Kultur verbunden hat. Ich habe selbst Musik gemacht. Und das sind halt so meine Inseln, meine Kraft wieder zu tanken. Und dann bin ich wieder raus in die Welt. Nur, nur wenn du rausgehst in die Welt, dann stellst du wieder fest, was wir eigentlich haben und nicht schätzen. Das ist oft so. Hast du das von deinen Eltern auch? Ich meine, dein Vater ist ja auch sehr traditionsbewusst. Er ist ja auch hier mit der Kunst sehr verwoben. Kommt das daher? Also das musstest du dir nicht völlig neu erarbeiten? Das ist wahr. Ich bin da reingewachsen. Eigentlich, wie mein Vater auch reingewachsen ist. Nachdem, dass er als 17-Jähriger das erste Mal auf Schließe gekommen ist, meine Mutter kennengelernt hat. Und somit ist er halt einfach mit der Kultur bei uns da reingewachsen. Und hat das dann auch durch seine Arbeit, Restaurater und Lüftelmaler natürlich noch mehr zelebriert. Und jetzt ist er ja momentan ja wirklich einer, der am meisten weiß von allen noch das, was eigentlich für uns das Leben darstellt und die Kunst auch ist. Das ist ja auch drei Kinder. Machen die da auch mit? Kapieren die, was Tradition bedeutet? Und möchten das auch selber vielleicht weiterführen? Ja, ja, noch schon, noch schon. Das sind jetzt 16, 15 und 13. Und sie ziehen gerne Klederhosen an. Sie machen gerne unseren historischen Kirchtag. Also das ist so ein Fest in Schließe, was unsere Familie auch ins Leben gerufen hat. Und machen da herum fleißig mit und haben einfach eine Freude dabei. Weil es wir eben auch als Freude vorleben. Das ist immer so. Wir sehen das ja nicht aus Arbeit. Das ist ja nicht unsere Arbeit, das ist unser Hobby. Das machen wir ehrenamtlich. Und das reißt die mit und die helfen fleißig. Und sie müssen nicht, aber sie können. Und dann ist das schon mal ganz anders. Das mit Lederhosen in die Disco gehen, das hast du ja schon zelebriert. Ist das eine Sache, die deine Kinder auch, kannst du dir vorstellen, dass sie das auch in dem Outfit dann machen werden später? Es kommt darauf an, mit was für einem Freundeskreis, dass sie dann zusammen sind. Jetzt momentan ist ja Disco noch out. Aber das war bei uns in Oberland schon immer so. Und Deggensee und Schliersee-Tal, dass wir immer vorgegangen sind, sind wir extra mit der Lederhose vorgegangen. Warum extra? Was war da der Effekt? Gerade, dass wir anders sind als die anderen. Obwohl gerade hier im Schliersee-Tal ist das doch so, wie man eigentlich hier eher aussieht. Ja, eben, wir haben da kein Problem damit. Bei uns wäre da nicht einer gehänselt, wenn er jetzt eine Lederhose noch hat. Da sagen sie dann in der Stadt draußen, ich merke die Krachleder näher oder weiß der Teufel was. Da weißt du, das ist ein Kleidungsstück, wo du immer gut angezogen bist. Da bist du nie überstylt und da bist du nicht... Überstylt. Ja, ja, so will man heizen. Nee, aber das stellt man ja auch in München fest, zum Oktoberfest. Also Tracht ist ja mega angesagt im Moment wieder. Wobei Tracht und Tracht dann doch noch sehr starke Unterschiede sind. Aber ich merke in Oktoberfest selber, es kommt wieder die einfache Art, wo man halt den Alltag bei guten Sachen auch anziehen kann. Also diese Rüscherl-Geschichte bei den Mädels wird auch immer weniger. Gibt zwar die klassische Oktoberfest-Tracht, gibt es natürlich schon immer noch. Aber es wird besser, weil man weiß, wenn man sich schon so ein Teil anschafft, dann will man es vielleicht auch anders mal auch anziehen und nicht bloß zu erwiesen. Ziehen die Leute sich anders an auf den Waldfesten als zum Oktoberfest? Siehst du da einen Unterschied? Ja, ja, ganz, ganz, ganz massiv. Also die sind mehr traditionell angezogen auf den Waldfesten? Die sind sehr traditionell angezogen und so, wie ich jetzt schon da habe, das ist ein normales Gewand, das was man auch zu einem Wochenendtag, zu einem Festtag anziehen kann. Also da gibt es dann noch Steigerungen, dass man sich noch fescher machen kann. Aber das ist so praktisch und ich glaube, das ist das Unkomplizierteste. Und man fühlt sich wohl drin. Markus, was baut ihr hier an? Ist das das Ziel, dass ihr Selbstversorger hier werdet? Das sollte eigentlich das darstellen, wie es früher die Bewohner von solchen Häuser praktisch sich selbst verpflegt haben. Jetzt ist es natürlich noch nicht ganz so grün, weil wir jetzt sind erst im Mai. Aber es wird schon. Das wird dann im Herbst ein prachtvoller Garten. Da kann man eine gute Ernte ziehen. Ich frage mich auch, wie kalt es da im Winter wird in den Häusern? Wie werden die eigentlich geheizt? Geheizt? Man kann sich das nicht vorstellen, zu dem, was man zur damaligen Zeit hat, man hat ja nur einen oder zwei Räume maximal warm gehabt. Also einer war schon Standard. Und bei uns heutzutage ist es so, dass man vom Keller bis zum Erdgeschoss ja mit der Badehose rumlaufen kann oder Unterhosen. Am liebsten, ja. Ja, am liebsten. Und das ist halt da nicht so gewesen. Allein schon in die Küche, wenn man reingeht, dann ist das offen ins Dach. Also das heißt, wenn es draußen 15 Grad Minus hat, hat es vielleicht drin 12 Grad Minus. Aber die haben halt härter gekleppt. Also das ist schon auch für mich eine Herausforderung, den Menschen zu zeigen, die jetzt als Besucher da sind, dass wir in einer supergute Zeit leben und nicht immer jammern sollen. Sondern die haben damals wirklich ums Überleben gekämpft. Und wenn es die schlechte Ernte war im Sommer, dann haben die verhungert im Winter. Also das war nicht so einfach. Erzähl du mir nochmal, wie du angefangen hast mit dem Skifahren. Weil ich habe jetzt gelesen, dass du als Dreijähriger schon auf dem Ski entstandst. Zweijähriger. Zweijähriger. Sogar, ja. Ich war schassenlos. Meine Eltern wollten unbedingt zum Skifahren gehen und dann habe ich mitmessen. Machst du das mit deinen Kindern genauso? Ich habe ja drei Buben und da hat der Erste mit drei Jahren angefangen. Das ist eigentlich ein gutes Alter, weil da haben sie genügend Kraft, sich selbst aufzustehen, also wenn sie hinfallen. Aber der Zweite, der ist ein Jahr jünger, der wollte mit zwei, der hat dann nicht mehr geschlafen, gar nichts mehr am Mittag. Sondern der hat gedacht, ich versäumt was und dann war der mit zwei schon dabei. Ich habe meine Kinder immer so am Anfang getragen, bevor die so selber stehen konnten. Wahrscheinlich, weil sie zu alt waren, oder? Die waren schon so fünf oder sechs, als sie so draufstehen. Das hat einem auch gefallen, dass du das geholten hast. Wahrscheinlich, aber bei meiner dritten habe ich es nicht mehr geschafft, dass sie in der Rücken kommen. Ja, da hat man dann Rückenprobleme gehabt. Nein, es ist grundsätzlich so, dass man die Kinder alleine sausen lassen soll und gar nicht bergab, sondern nur in der Ebene. Bei uns sind zum Beispiel die Kinder, die haben es selber einen Spaß gehabt und haben dann die Ski in den Sommer anzogen und sind in der Wiesn rumgelaufen. Und da alleine bekommen sie mit, wie die Spitzeln, dass sie nicht über Kreuz bekommen und so weiter. Und so hat sich das entwickelt. Du bist ja auch noch aus einer ganz anderen Zeit, wo diese Pisten nicht so ganz platt gemacht waren. Wenn du heute Skifährst, ist da alles platt und früher gab es doch diese Buckel nach drei, vier Tagen, wenn es dann richtig geschneit hat oder so, gab es nur noch Buckelpisten. Was ist denn da besser, um Skifahren zu lernen? Ich glaube, dass wir schon zur damaligen Zeit die vielseitigeren Skifahrer geworden sind, die sich mehr im Gelände zu fahren. Ich merke das ganz extrem, zum Beispiel bei einer Skifahrerin, die Rosi Mittermeier. Die Rosi, wie die Heidner Skifahrt, in jedem Gelände fahren, das ist genial. Die jetzigen Rennfahrer, die können nicht im Gelände fahren. Keine Chance. Das sind nur Rennfahrer, das sind nur wirklich Formel 1 Fahrer. Genial. Die sind ja extrem, aber so mal Buckelpisten zu fahren oder gar irgendwo in einem Bruchhaus, irgendwo im Gelände, in dem sich die verdammt hat. Die Leute fahren auch viel schneller heute. Ich meine, der normale Skifahrer auf diesen platt gemachten Pisten mit den Carving-Skiern kann man ja ganz anders runterbrettern als früher, als es buckelig war und die Ski auch noch nicht so. Wir haben zwar auch Stundenkilometer 130, 140 gehabt. Zu meiner Zeit, mein Schnellste war über 150. Nur hast du halt einfach diese aerodynamische Form, diese I-Form, diese Abfahrtshocke nicht immer halten können, weil das hat dich ja immer irgendwo wieder weggespickt. Also warst du mehr aufrechter. Dadurch hat es die Geschwindigkeit gedrosselt, eben durch die Piste. Jetzt ist natürlich Autobahn. Ich sage immer, das war immer so ein Vergleich zwischen Rallye-Fahrer irgendwo durch die Schlaglöcher oder die Formel 1 Fahrer. Jetzt momentan haben wir halt Formel 1 Fahrer. Was war dein schlimmster Sturz? Kannst du dich noch daran erinnern? Mein Schlimm ist halt, wenn du die Wirbelsäule dreimal prägst, dann ist halt das nicht so gut. Das hat mir vor allen Dingen die ganze Saison um mein bestes Jahr gekostet. Das war das, was mich eigentlich nachträglich am meisten ärgert. Und weißt du noch, was du falsch gemacht hast auf der Piste? Warum es dir passiert? In dem Fall habe ich gar nichts verkehrt gemacht. Das war eher der Ausrichter. Das war in Japan. Und die Japaner haben eine Abfahrt, die war eigentlich eher langweilig zum Einschlafen, haben die über Nacht eine Schanze aufgeschaufelt, die so nach oben gegangen ist, wie so eine Trickschanze. Und es hat zur damaligen Zeit noch keine Besichtigung vorher mehr gegeben. Und da aber alles langweilig war, haben die Trainer auch nicht besichtigt. Die sind in den Kaffeehaus gesessen, weil es war eh nichts zum Anschauen. Aber dass die über Nacht das gebaut haben, haben die auch nicht gesagt. Und ich bekomme dann, ich habe Startnummer 10 gehabt und vor mir hat sieben andere geschmissen an diesen Sprung. Und keiner hat diesen Sprung verändert und ich komme halt auch und ich habe mir die Wirbelsäule gebraucht. Die anderen sind mit Prellungen rausgegangen. Dafür bist du aber jetzt wieder sehr gut fit, oder? Merkst du noch was an der Wirbelsäule? Nein, muss ich sagen, wetterfühlig vielleicht ein bisschen, aber geht. Ein bisschen kleiner bin ich geworden. Jetzt musst du uns erklären, was hier abgeht. Große Touristenattraktion. Ja, vor allen Dingen für die Kinder ist das ja ein Traum. Man sieht ja die ganz Kleinen jetzt, die dürfen jetzt mit Filz arbeiten. Und das ist praktisch die Wolle, die gekämmt worden ist. Also zuerst geschahen natürlich von den Schafen, von unseren eigenen. Und dann tut man das mit Seifenwasser, kann man das dann praktisch zu allen möglichen Formen. Von Hausschuhe anfangen bis zu einem normalen Knödel, was du dann machst. Und das ist ganz nett. Wir haben die Kinder am Ortsfreit natürlich. Mit Wasser brütschen ist das natürlich immer ein Traum. Wir müssen mal gucken, wie das genau geht. Hier haben wir schon einen Mausenschweiz produziert. Der ist ja ein Traum. Eine weiße Maus. Und was machen Sie jetzt mit dem Filz? Den tun Sie hier rein, oder? Da wird es gradiert, genau. Die Wolle, das ist jetzt vom Steinschaf, von unseren Schafen. Das ist fertig. Wenn es nochmal dreht, dann ist es rum, bitte. Andersrum. Man gibt es hier unten ein. Und dann wickelt sich das da praktisch auf. Und hier bringt sich der Dreck. Okay. Das ist praktisch die grübene Ausrichtung des Kämmen in dem Morgen. Und wenn es jetzt da drin ist, dann machen Sie was? Hier ist irgendwo so eine Rille. Genau. Hier kann ich es jetzt aufmachen. Dann kann man das als Vlies runterziehen. Dann kriegt man sowas wie da nicht schon. Und zum Schluss kommt sowas raus. Ja, genau. Jetzt. Bisschen klein. Das machen wir im Break. Abgefahren schon ab 89 Euro. DIT, Ihr Toyota-Partner. Dreimal in München und bald auch im Münchner Süden. Präsentierte Ihnen Menschen in München. Nichts ist unmöglich. Toyota. Abgefahren schon ab 89 Euro. DIT, Ihr Toyota-Partner. Dreimal in München und bald auch im Münchner Süden. Präsentiert Ihnen Menschen in München. Nichts ist unmöglich. Toyota. Markus, wo hast du uns jetzt hierhin geführt? Das ist jetzt im Lukashoferin die historische Küche, die Rauchküche. Okay. Und das ist bei uns der große Unterschied. Bei uns ist es wirklich so, dass jedes Feuer brennt. Jeden Tag. So wie es früher eigentlich auch war. Das war also die Küche, wo die Hausfrau jeden Tag gekocht hat. Und man muss sich mal vorstellen, wie der Rauch... Es gibt ja keinen Kamin. Der Rauch zieht also frei unter das Schindeldach. Das schaut mal, wie man da rauf sieht. Ja. Und da oben sind die Stangen für den Speck. Und somit wird es praktisch dann entweichen. Wo geht denn der Rauch dann raus? Zwischen die Schindeln geht der irgendwo raus. Der sucht sich seinen Weg. Wenn es Tiefdruck hat, dann drückt es ihn auch dementsprechend runter. Und dann sucht er oft den Weg dann Richtung Türe. Und dann ist es ziemlich nieder. Da muss man eher so gehen. Aber das haben die früheren Leute jeden Tag das gehabt. Und daneben haben sie geschlafen. Ich meine, das kann ja auch gefährlich werden, oder? Wenn der Rauch dann da ins Schlafzimmer zieht. Gefährlich ist es gar nicht, weil das ist so viel Falschluft da, dass also da gar nichts anbrennen kann. Gefährlich wird es, wenn Schmalzgebackenes gemacht worden ist. Weil früher haben wir sehr viel mit Fett gearbeitet. Und wenn das natürlich gebrannt hat, dann haben wir es fast nicht mehr löschen können. Das heißt, nur mit Sand löschen können, weil mit Wasser kannst du kein Fett löschen, wenn es brennt. Da sind viele Häuser abgebrannt. Das ist ja ein ganz typisches Bett. Ein E-Bett übrigens, also ein Doppelbett. Also bei mir würden die Beine immer ungefähr hier noch raushängen. Ja, aber die waren früher so, dass man gesagt hat, man darf nicht flach liegen. Man muss sitzen. Und dadurch, wenn man natürlich ein großes Bett hat, wäre man ja runtergerutscht. Und dann hätte man also im Liegen geschlafen. Wie, die haben im Sitzen geschlafen? Ja, weil nur die Toten liegen. Und wenn man liegt, dann wird man gedeppert. Also ist man gesessen. Darum haben wir ganz viele Kissen. Und die Strohmatratze selbst, die ist ja auch so. Da ist Stroh drunter. Also das ist ja eher wie ein U-Hackerl, ist man da gelenkt. Und das Baby hat immer daneben gelegt. Das Baby hat da glücklicherweise sogar ein eigenes Bett gehabt, was ja eher selten der Fall war. Aber das ist doch gespenstisch, wie viel wir gewachsen sind, oder? Nein, das hat eigentlich mit vielen anderen zu tun. Es gibt ein Hauptgrund, dass die Kälte, umso größer die Türe ist, mehr reindringen kann. Also umso kleiner das Loch ist, umso besser. Auch bei den Fenstern so. Dann war es aber auch so, bei Burgen und Schlössern, wenn man da die großen Tore reingeht, da muss man immer durch das kleine Tor gehen. Immer bückenderweise. Das heißt, eine Ehrverbeugung auch vor dem Raum, den man betritt, das hat auch so ein bisschen eigentlich Heidnisches. Hat das noch das, was immer noch bestand wird. Du meinst, die Menschen sind nicht im Allgemeinen etwas größer geworden? Die sind teilweise, im Schnitt sind die auch um die 1,80, 1,75 gewesen. Also so viel kleiner waren die nicht. Nur der Raum, umso größer das ist, umso schwierig ist er zu beheizen. Und er kostet auch mehr Geld. Man muss sich mal vorstellen, man muss ja immer wieder eine Balkenreihe mehr draufbringen. Das heißt, mehr Bäume braucht man, mehr Arbeit ist es. Und dadurch ist es natürlich schwierig. Und das ist jetzt hier ein Kachelofen. Mit was wird der geheizt? Mit Holz. Der wird mit Holz beheizt. Das ist so ein Sesselofen, nennt man das. Das ist jetzt das Backrohr. Diesen Ofen, den gibt es jetzt seit diesem Typ, seit 1700. Und der Hof ist ja 1500 entstanden. Das heißt, da war eine ganz andere Ofenform. Das war eher so ein Tonnenofen. Und der ist natürlich genial gewesen, weil da hat man gleichzeitig auch was wärmen können, weil es ja wie ein Herd ist. Das war also schon sehr Luxus. Und diese Stangen da zum Beispiel, die waren dafür da das ganze Rossgeschirr. Also alles, was für die Pferde war, zu trocknen. Darum waren die so schwer. Jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt hat man diese Stange, dann trocknet man selbst seine Lederschuhe. Da sind ja mehrere Leute auf dem Hof. Da unten drunter sichten wir die Hühner. Was das auch gerufen hat. Also ich wollte gerade sagen, normalerweise müsste man mal so einen Raum darstellen, alleine, wie das gestunken hat. Ja, Wahnsinn. Aber das war der einzige wärmste Raum. Der ist warm geblieben. Und da hat sich alles aufgehalten. Deshalb sind die Fenster auch wieder so klein, damit da auch möglichst... Die sind ja, um 1700 hat sich der Hof ja vergrößert. Das heißt, da sind diese Größe vom Fenster gekommen. Und vorher waren es ja nicht einmal ein DIN A5-Blatt, war vorher das Fenster. Zwar mehrere, aber das war wie eine Höhle war das. Aber klar, man hat kein Glas gehabt. Bis erst am 17.00 Uhr haben sie sich Gläser leisten können. Klar, im Kloster haben sie es natürlich schon vorher gehabt. Aber somit war das natürlich nur den reichen Leuten. Bevorzugt das zum Beispiel. Wirst du jetzt auch nicht kennen. Warte mal, lass mich mal raten. Nein. Das hat nichts mit Essen zu tun. Das ist das älteste Licht, das es gibt. Licht? Das ist ein Kienspann. Das ist praktisch der Spann selbst. Der ist angezündet worden. Der ist da schräg eingeklemmt. Und dann ist der da raufgebrannt. Und die Asche, die praktisch dann runtergefallen ist. Oder die Funken, die sollten dann reinfallen. Ist natürlich auch nicht immer so passiert. Immer geglüht, ne? Genau, das war der Vorläufer der Kerze. Habe ich wieder was gelernt. Ja. Also das finde ich jetzt interessant, dass wir uns mal verschiedene Küchen anschauen können. So in den verschiedenen Jahrzehnten, wie sie, welche Funktionen da waren. Ja. Der ausschlaggebende Punkt war ja, der Strom ist für mich die größte Erfindung überhaupt für die Menschheit. Wie es rart so ähnlich. Die erste Glühlampe war erst in den 30er Jahren in jedem Haushalt. Manchmal sogar in Niederbayern erst in den 70er Jahren. 1970 erst die Stromleitung hingegangen ist, dass die Strom gehabt haben. Das muss man sich vorstellen. Sie haben bis dahin mit Kerzenlicht gelebt abends. Unglaublich. War es so 1970? Genau. Es sind so Einsiedlerhöfe gewesen. Da hat es sich einfach nicht rentiert, da eine Stromleitung hinzugraben. Und das ist also schon Wahnsinn. Und man will eigentlich damit sagen, da hat sich nicht nur die Landschaft draußen beim Fenster noch ziemlich klar dargestellt, sondern da ist die Lampe da gewesen, um den Tag zu verlängern. Auf einmal hast du länger arbeiten können. Das war ja eine riesen, riesen Erleichterung. Wo wir heute alle selbstverständlich davon ausgehen. Wenn es ein bisschen dunkel wird, machen wir das Licht an. Und jetzt kommen wir in die 30er Jahre. Das sind ja die lustigen Jahre. Weil da ist natürlich durch Strom viel erfunden worden. Also man muss sich mal vorstellen, der erste Kühlschrank. Der erste Kühlschrank in den 30er Jahren, er ist klasse. Das war natürlich vorher, hat man mit Eis gearbeitet, jetzt hat man auf einmal einen Kühlschrank. Genial. Was natürlich Erfolgsempfänger, ist natürlich ganz klar. Das ist noch ganz wichtig, aber jetzt mein Lieblingsteil. Das ist der Erfindungsgeist der damals in den 30er Jahren, ist die schnelle Tasse. Rein in die Steckdose. Da hatten Sie nur noch keinen Instant-Kaffee, gell? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ich traue mir es nicht einmal auszuprobieren. Ich glaube, man verbrennt sich ganz fürchterlich im Mund. Daher kommt das wahrscheinlich. Dann trennt die eben. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, das ist eher ein anderes Wort. Ja, und dann sieht man halt diese klassischen Bauten. Manchmal sieht man es sogar noch, bei der Urgroßmutter kann ich mich noch erinnern, wo diese Leinfarben-Tapetenimitation praktisch dann gemacht worden ist und wo nachher die klassischen Lichtschalter, die ja auch schon langsam verschwinden, wobei es schon wieder modern werden. Und dann gehen wir weiter in die 50er Jahren. Die 50er, das war natürlich schon super modern. Man braucht sich jetzt bloß einmal den Kühlschrank anschauen. Der hat schon wieder richtig Style. Also der ist schon richtig modisch. Und der könnte durchaus heute schon in der modernen Küche wieder seine Heimat finden. Der große Radio natürlich, der klassisch lackierte Bereich mit der bunten Tapetenmuster. Allerdings der Blick nach draußen, der ist jetzt ein bisschen zerstört. Jetzt ist in der Landschaft natürlich dann die Stromleitung gekommen. Also es steigert sich dann schon langsam. Und das ist eigentlich interessant dann, was sich mit dem Strom alles so mitentwickelt hat. Sei es für den einzelnen Toastern, die ja dann da praktisch diesen Wendebereich da gehabt haben. Da hat man oben gedreht und dann hat sich der Toast gewendet. Also ganz interessante Sachen. Und dann ist die klassische, eigentlich für mich einer der schrecklichsten Zeiten, das ist die 70er Jahre. Wobei, jetzt beim Aufbauen des Museums hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es einfach das wieder zeigt, was man eigentlich die 70er Jahre, vom Glasbaustein bis zum Linoleum, bis zur Plastikkassettendecke und Stühle, die es du nie warm gebracht hast, weil jedes Mal auf diesen Plastikstühlen hast du immer einen kalten Arsch gehabt. Wo hast du die ganzen Sachen hergekommen? Ach, gesammelt, gesammelt, gesammelt. Am Anfang habe ich mich fast schon ein bisschen geschämt, wenn ich da so eine Sachen gesammelt habe. Aber, wie gesagt, es passt wunderbar. Und dann halt auch diese klassischen Töpfe, die hat es ja in den 70er. Ich verspreche es, dass mindestens noch 30 Prozent der Haushalte solche Kochtöpfe noch unterwegs sind. Ich kann weiterverfahren. So, und jetzt kommen wir hier in die Straße hinein. Ich will natürlich Strom erlebbar machen. Nachdem das bei uns die erste Stromleitung weltweit gebaut worden ist, 1882 von Oskar von Miller, wollte ich sehen, wie die erste Straßenbeleuchtung der damaligen Zeit um 1890 war. Und das sind die originalen Lampen mit den Glühbirnen. Es war nicht heller. Es war einfach die Zeit zum Gas wahrscheinlich noch Revolution. Vor allen Dingen hat er ja auch von hier den Strom zu uns nach München gebracht. Genau, da war die Weltausstellung. Und dann hat er aber, weshalb er bei uns das gemacht hat, das weiß ich nicht. Das möchte ich von dir jetzt wissen. Und weil wir die einzigen Bahnverbindungen mit Holzmasten gehabt haben. Also das heißt, neben der Bahn, diese ganzen Masten, die waren aus Holz und vom Kochl aus, waren sie im Metall schon, also aus Eisen. Und da hat er die Isolatoren gehabt. Und darum ist er von uns weggegangen. Und wo wurde der Strom erzeugt hier? Im Miesbach durch einen Dampfrost. Ein Dampfrost hat dann einen Generator angetrieben, der 1400 Watt damals produziert hat. Er ist aber nur 10% dann in München angekommen und da hat er dann einen Wasserfall betrieben. Schickes Moped habt ihr hier noch. Ja, ja, logisch. Dienstfahrzeug. Aber nur für die Straße da hier oben. So, und jetzt müssen wir unbedingt in die Abteilung gehen, die für Bayern ganz wichtig ist, nämlich dort, wo ihr das Bier braut. Genau, da gehen wir jetzt. Markus, bevor du uns jetzt erklärst, wie hier das Bier gebraut wird, noch mal eine ganz andere Frage. Bist du eigentlich bei der ARD irgendwann jetzt wieder als Moderator zu hören? Ist das... Im Winter wieder. Im Winter. Im Winter als Experte praktisch mit dabei. Haben Sie nicht wieder mit dazu genommen? Ja, das ist vor drei Jahren einmal gewesen. Ist vorbei? Ist alles vorbei. Sind Sie tolerant und lassen wieder... Nein, tolerant auch nicht, aber es hat sich geklärt. Hat sich geklärt? Dann kläre mich bitte auch, wie das hier gemacht wird. Also, jetzt sind wir ja beim Bier. Ja. Das ist jetzt unsere Mischung. Das ist praktisch ein Malz. Da kannst du mal probieren. Das ist also ein bisschen ein dunkles, geröstetes Malz. Das kann man essen. Und das ist das Weiße. Und das merkt man, wenn man es eine Zeit lang drin hat, dann wird es ganz süß. Und das ist jetzt die Mischung, was wir also vier brauchen. Da ist die reine Gerste von Getreide noch nicht. Weil jeder Müsli-Esser wäre besoffen. So, jetzt kommen wir zu einer Brauerei, wie sie vor 300 Jahren Bier gebraut worden ist. Okay. Das ist der Suchkessel. Der wird mit Holz befeuert von der Außenseite. Da wird diese Mische, also diese Gerste, die wir jetzt probiert haben, eingemaischt im Wasser. Und wird zweieinhalb Stunden hochgekocht bei 75 Grad. Von da aus, und das muss man dazu sagen, da hole ich jetzt schnell diesen Rechen. Da wird es mit diesem Rechen, wird dann praktisch gerührt, zweieinhalb Stunden lang. Da muss also jeder umrühren, wie in einem Kochtopf, das ja nicht anbrennt. Und dann muss man das Bier, und darum heißt das eine Schöpfbrauerei, mit diesen Holzkübeln praktisch rausgeschöpft werden. In diese Rinne, und dann geht es rüber in den Läuterbottich. Okay. Und da wird die Maische dann, also von Saft gedreht, also abgeläutert. Erst wenn da das dann runter ist, es kommt in dieses kleine Fass, da in dieses kleine Loch. Schöpft man wieder zurück in den Sudkessel, und kocht wieder auf. Auf ungefähr 95 Grad. Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und später wird es dann mit einer, ebenfalls so einer langen Holzrinne, durch dieses kleine Loch da an der Wand durchgeführt. Da läuft es praktisch rüber, wie in der Dachrinne, in das Kühlschiff. Und wie viele Liter Bier hast du dann, wenn du am Ende dieses ganzen Prozesses angelangt bist? Das ist ganz unterschiedlich, weil je nach Temperatur, also da ist abends dann drin, und da muss es runterkühlen von 95 Grad auf, sagen wir mal, 10 Grad, 12 Grad, je nachdem wie das Wetter ist. Und da haben wir eine Verdunstung zwischen 100 Liter und 200 Liter. Und das ist das Problem, dass wir auch keinen Alkoholbehalt immer gleich herbringen. Das ist schon die erste Beine dann? Ja, das wird stärker dann. Umso mehr das Verdunstung, umso stärker wird es. Es kann schon mal passieren, dass wir ein Bier mit 5,8 haben. Lass uns noch ein bisschen verdunsten. Zuerst ist es uns sogar über 6 Prozent geworden. Das war dann zu heftig. Aber jetzt momentan haben wir so ein Bier um so 5,5 Prozent, 5,1 Prozent. Das geht dann schon. Und was hat das dann für einen Namen? Wie heißt das Bier? Das ist jetzt ein reines Museumspier. Auch nur hier praktisch im Museum ausgeschöpft wird. Und man kann sich aber auch anmelden, um selbst mitzubrauen. Wie oft macht ihr das? Das machen wir alle 14 Tage. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das Bier jetzt da liegt. Man kann sich ja hier auch für irgendwelche Hochzeiten und so, kann man sich ja auch einmieten. Das ist immer, das ist immer, über das ganze Jahr. Also im Winter haben wir normal zu, aber für Veranstaltungen immer. Auch hier riecht es gut. Da liegt jetzt das Bier hier drin. Das ist jetzt der letzte Gärgang, der war schon mal höher. Und der wird heute, wird es in die großen Lagerfässer umgepumpt dann. Weil ab einer gewissen Temperatur musst du dann wirklich hygienisch arbeiten. Da ist dann nichts mehr zu schöpfen. Früher sind es geschöpft, aber das kann man dann nicht mehr bringen. Und das kommt dann da rein, in die Lagerfässer. Immer ganz fest zusperren, nicht, dass die Leute unter den Fässern liegen. Für die voll jetzt, oder? Das sind jetzt die Fässer, die sind drei Stück im Voll. Meistertrunk, genau. Meistertrunk, Sudkeller, da schreibt man ja immer, was man gemacht hat. Und da oben sichtbar ist ja die Gärungen, die findet da hinten Blubberts zum Beispiel jetzt gerade. Da sichtbar ist ja, dass also da die Gärung gerade stattfindet. Und von da aus wird es praktisch dann direkt in der Wirtschaft ausgeschenkt. Und kann man es munden lassen. Auf dieser Bank kann man sich jetzt den Markus Wasmeier auch so mit knappen 80 vorstellen. Da sitzt er hier mit einer Katze auf dem Schoß. Ja, dadurch, dass ich ja der Wirt auch noch geworden bin, weißt du, sitzt mir natürlich in seiner Wirtschaft gern. Aber das ist doch ja so der klassische Platz, wo man sich denkt, hier kann man so das Leben ausklingen lassen, oder? Ja, das Panorama, was man dann vor sich hat. Leider sind die Wolken jetzt ein bisschen tief, aber es ist traumhaft. Es ist ein ganz schönes Flecken, ist das. Ja, es war wirklich wunderbar. Sag mal, du hast ja dadurch, dass du dies hier also aufgebaut hast und so, auch mit Politikern zu tun gehabt. Wäre das mal für dich ein Thema gewesen, mal so in die Politik zu gehen? Warum eigentlich nicht? Weil du das selbst nicht entscheiden kannst. Da müssen andere da mitentscheiden für das, was du gerne machen willst. Und darum wäre Politik für mich lähmend. Weil bei mir muss gleich was passieren. Ich muss arbeiten können. Ich muss meine Idee verwirklichen können und das gleich machen. Und dass die Visionen, wenn du die von einem anderen dann immer wieder runterbückeln, dann nein, das wäre kein Job. Charismatiker werden gebraucht. Ach, schrecklich. Das ist ja schrecklich. Also ich glaube, man muss geboren sein für einen Politiker. Das wäre für mich, ja, darum sind ja so wenig Unternehmer auch Politiker, weil sie halt einfach das gar nicht gewohnt sind. Sich immer von anderen dann dreieren lassen. Bloß weil der eine Ja sagt, sagt der andere Nein. Vom Skifahren bist du jetzt so ein bisschen abgekommen, ne? Also da bist du eigentlich jetzt, dass du Leute trainierst oder dass du da also noch mit in diesem Zirkus mitmachst. Das ist natürlich jetzt eine schöne Unterbrechung. Danke. Und zum Wohl. Merci. Das schaut doch gut. Selberbratsbier. Was das für ein EV-Pod. Ja, ganz toll. Ist doch klasse. Und was das jetzt so gegen die Sonne? Ja, Wahnsinn. Das ist ja, 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 Gold. Ja. Also zum Wohl. Zum Wohl. Ehrlich, schmeckt richtig gut. Gell? Ja, und das mit Skifahren, ich bin immer noch Skifahren, ist meine Hauptarbeit. Ich bin den ganzen Winter fast jeden Tag auf den Skien unterwegs. Und das ist ja nicht nur die ARD-Arbeit, das ist ja mit meinen einzelnen Partnern. Und der Winter ist meine Jahreszeit. Was machst du denn da? Ja, ganz unterschiedlich. Ich habe viele Firmen, die ich vertrete, die unter anderem auch Dinge mache, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Und irgendwie verbinde ich das halt dann immer, dass ich das möglichst im Winter reinbringe, weil das halt einfach, kann ich mehr erreichen. Das ist ja sehr kryptisch. Kryptisch, weil das so viele verschiedene Facetten sind. Und das macht es eigentlich, der Spaß ist daran, dass du viele Dinge organisieren kannst, begeistert Menschen in die Berge bringst, in die Natur und dadurch natürlich viele Tore mehr öffnest, als wenn du jetzt irgendwo in einen Versammlungsraum reingehst und da irgendwas trocken erklären musst. Und so finden die Leute nicht zusammen. Aber so Talente finden, das könnte da auch was sein, was du gut kannst, weil du so viel Erfahrung im Skifahren hast. Ja, Talente finden, das ist nicht so wie bei den Fußballern. Das ist bei uns ganz was anderes. Wir haben da nicht so eine Breite. Bei uns ist das relativ düng gesät, weil der Alpenraum ist ja nicht so groß bei uns in Deutschland. Und der ist ja speziell nur auf Bayern bezogen. Vielleicht ein paar von der Niederbayern noch, also von Arbano. Aber das war es dann schon. Die übersieht man. Das übersieht man sehr schnell, was in Deutschland an neuen, guten Skifahrern so rauskommt. Ja, die werden ja zum Teil schon mit 12, 13 ausselektiert. Also das ist dann schon ziemlich, der Aufbau ist so aufwendig von Alpinsport und Fußball. Also ist schwierig. Also ich widme mir natürlich mit Herzblut jeden Skisportler und jeden jungen Menschen, der auch gern Sport betreibt und will den natürlich unterstützen. Aber selbst das aus Beruf zu sehen, also eher weniger. Ja, und dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank, dass du uns hier so schön durchgeführt hast. Gerne, gerne. Und dass das jetzt mit einem so leckeren Bier hier zu Ende geht, das ist natürlich wunderbar. Und das habe ich selber gebraut, gell? Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Himmel der Bayern. Lass uns noch anschlossen. Herzlichen Dank. Danke, ebenfalls. Abgefahren, schon ab 89 Euro. DIT, Ihr Toyota-Partner. Dreimal in München und bald auch im Münchner Süden. Präsentierte Ihnen Menschen in München. Nichts ist unmöglich. Toyota.